Das Heulen des Kuro-Papa-Linguas Das ist dieser Begleiter, der Erste, den man da erhalten kann Und den der Daniel umhauen wollte, dass er bei der Missionsstart einmal zu mir zurück rennt ist Genau Wo ist denn Daniel, ist er schief? Bei mir steht, Ostmigration wird ausgeführt, bitte warten Okay Überlebensmission Hecke eine Konsole So, da kannst du gleich die erste da nehmen So, bin da mal einmal allein da Die Verbindung zum Host wurde unterbrochen Okay Ja, jetzt werde ich auf dem Multipli... äh, auf den... hä? Warte mal Schauen wir mal, ob ich den nochmal einladen kann Eigenartig Klingt komisch Warte mal, Thomas Ja, ich bin ja... warte mal Wo bist denn du da? Ah, da, Owe Die ich auf jeden Fall mit meinem Raum, Chef Ja, Applecrash tritt dem Spiel bei Wo bist du da? Ja, gut, jetzt bin ich da Wo bist du da? Wo bist du da? Wo bist du da? Wo bist du da? Thomas Sascha, sage Daniel, warte kurz Sascha, muss da die Konsole hacken Hoppala Da gehst du meine Frage Nicht hacken, nicht hacken Haha, Alarm auslösen ist doch cool Ja, wo ist dein Loch? Auch da ist ein Loch Ja, und du fallst da runter, 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 runter Ohhhhhhh, hoppala Hast du schön gemacht Nicht wieder auf ist, so Aber ich habe 10 Gegner unbemerkt töten, das geht, wenn der Alarm ausgelöst ist ja so leicht Mhm Ich habe den Alarm jetzt ausgelöst Ja Super, warum mache ich sowas? Wollen wir es mal verließen? Ich habe ein Lebenssupport-Capsule in die Stadt Aktivieren, indem du dir mehr Zeit hast Das ist wirklich viel Gegner groß Das ist ja immerhin gerade nicht viel groß Ah, da kommen wir zu Juhu Hallo Sie laufen weg Ja Diese Schisser Wir haben gesehen, dass ich eine dicke, dicke Schwert in der Hand habe Da geh ich nur mal weg Das sind doch alles nur Potenz-Erweiterungen, he Das sowieso So, baller die Waldfee Ähm, hier kommen ganz schön viele Gegner, ne? Ja, ja Das hört doch nicht mehr auf Ich meine, ich bin nämlich ein bisschen weg von euch Ah, dann komm zu uns, lieber Wir sind so viele Gegner Ich komme einfach durch Okay, ich geh weg Ich kriege Schaden Tschüss Hey toll, ich habe eine Kamera getötet Der Gegner habe ich nicht bemerkt gehört Cool hoch voll daneben aber vorher das hat er jetzt voll gebracht ich habe gerade mein warframe schwert gezogen und wieder rein gesteckt das ist eine interessante möglichkeit keine energie mehr gehabt jetzt ist es nur war das schild von dem oder von hier zu mir kommen wir so lange wir kommen zu uns wir haben genug zum bau also was denn mit dem wochen wir auf dauer nicht glücklich das war die vierer fähigkeiten mal anschauen aber das ist ja mega lustig meiner ersten fähigkeit ist ja geradezu zwei andere noch gesprungen ja waren die in der reichwelt des anspringt bis über solle vielleicht nicht so weit weg von euch gehen das macht so viel spaß ich bin nicht bei dir nein ich bin bei dem Thomas ich komm schon wieder Hallo glaubst du ich treffe einer von diesen, der mich nicht drohen? ja ich denk mir das auch gerade die ganze zeit oh nein mein Schwert ist wieder weg und da hier ist eine Mod du kannst du mit G also mit der Gustav Taste markieren bevor du es aufhebst nein anders aufkommen hast ja du kannst eine markierung setzen aber den Mod selber kannst nicht markieren ich habe hier einen Weg von gesetzt ja sehr gut schieß doch bitte ein einmal diese Drecksdrohne in den Hauptpumpen worin die denn hin? Bleib doch mal da meine Güte ich bin fast tot ich bin tot ich bin bei dir irgendwo ich bin auf den Wegpunkt gesetzt das ist keinem Auto mir also bei mir war da ne man da oh und danke bitte ihr könntet mein ihr wollt mal in die Mitte kommen oh ich bin schon da Ich habe auf allen Fronten gerade sehr viel zu tun. Nicht nur in der Mitte. Wir kommen gerade von allen Gängen rein. 63%, wir sollten uns einmal zu so einem Ding bewegen, Thomas. Ja, ich würde sagen, wir gehen einmal, wir sind fertig. Also, machen wir nur 5 Minuten, oder was? Ja, 5 Minuten reichen. Aber was anderes ist nicht mehr drin. Außer zum Ausgang. Da können wir dann, wenn wir es nicht kriegen, noch eine zweite dranhängen. Da müssen wir immer 5 Minuten machen. Nein. Na, Thomas, das reicht. Ja, ja, nein, ich sag nur, dass wir die zweite Aufnahme dranhängen können. So, das muss man ja. Aktiv mal kurz mal die Lebenserhaltung. Oh, das war's. Wolle ich gerade den Sascha in zwei Zeilen? Hehehe. Na, komm, die können wir. Müssen wir da runter? Ja. Okay. Da hinten ist er, äh, spinnt. Kann nichts drin sein, wenn du ihn gefunden hast. Hehehe. Bappen. Nein. Oder wie wird der Felix jetzt sagen? Sock das nimmer. Die soll es immer wieder. Sock das nimmer. Na gut, dann nimmer. Soll ich so eine Lebenserhaltungskapsel aktivieren? Na, brauchen wir. Ja, war vielleicht nicht schlecht. Okay, was hat das jetzt gebracht? Ich krieg' Schaden. 63% hat das Ding jetzt. Ich krieg' andere aktivieren. Jetzt wieder 84. Я mor speziga Арахdown. Wahoo. Da will ich ja gar nich hin. Ach, na, da will ich auch nich hin. Ui, da soll supplied Abschrauben. Wo müssen wir denn hin? Ach, sag! Wollen wir das auch ganz woanders. Hm, hm. Prozent Prozent ich bin im Extraction von Männern gegriffen ist für mich und für ich bin der Kieler Prozent aber auch die Ruhig springt wieder oben Oho ich sterbe mein Mann wieder wir lassen sich nach dem Weg Ich schütze dich! Los Daniel in Ruhe! Jaaaaaaaaaaaaaa! Spielsport da! Achso Fasche 5! Ihr dürft übrigens zu langsam euch zum負chst gehen! Wir sind ja schon auf dem Weg! Das ist doch gar nicht so einfach, wie du das so sagst. Naja, das Grüne, was auch vielleicht. Ja, wir springen und... Oh, fuck. Du hast ja nichts Killed am Weg, du bist ja nur durchgerannt. Ja, so wie es man auch machen sollte. Aber so wie es ist, ist doch viel lustiger. So schön, halber verrecken. Immer gut. Ja, da war man am Morgen. Ich habe drei Minuten nur Worte, machen wir zehn Minuten raus, wenn wir schon da sind. Na gut. Bubala. Obala. Ein Drecksratzer. Bitte mal aufpassen, dass wir den Evaluierungspunkt da gezogen werden. Alter, sind hier viele. Ja. Ja, und jetzt sind viele kaputt. Ich liebe dieses Schwert. So, schon die zehn Minuten, dann ist schon vorbei. Neu Minuten, acht Sekunden, du hast eh den Timer laufen. Achso, ja, stimmt. Oh, ich komme mal wieder hoch. Ja, ja, gute Idee. Oh, schau. Ich habe 330 Schilder schon, das ist ja geil. Another life support capsule is now available. Boah, Leben. Haben wir noch so eine life support capsule, gell? Na, das geht so aus. Ja, okay. Erfahrungspunkt, äh. Hier, bei mir. Leute, kommt jemand runter, aber... Bubala. Du Scheiße, viel, viel Scheiße. Nein. Super. Ich bin gestorben. Der ist runtergefallen, ne? Ja. Weil ich dir helfen wollte. Das ist so. Ich helfe dir die wieder. Wow, fuck. Ja. Zehn Minuten haben wir. Wollen wir gehen? Ja, wir wollen gehen. Ja, wollen wir. Wo kommen denn die alle her? Nein, egal. Ich bin weg. Puh. Das muss ich sagen, hinter uns ist eine horne Gegnung. Der steht ganz, ganz gewinnig in so ein Schiff. Und man hängt sich an uns. Am Boden, ja. Na ja. Aber war ja ganz lustig. Ja. Na, hat sich doch noch ausgezahlt. Können wir doch auch eine Aufnahme draus machen. Ja. Ah, Inkubator-Segment. Hab ich gebraucht, hab ich gekriegt. Ich weiß. Ja. Es wird dann erst interessant. Ich möchte nicht spoilern, wenn ihr das Ei braucht. So, warte mal. Segment installieren. So, jetzt brauchen wir das Ei in der nächsten Folge. So, schauen wir, woher wir das Ei kriegen. Hurra. In diesem Sinne, tschüss euch. Hab die Ehre. Bye-bye. Bye-bye.